Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Shandling Kongress 2021. Wir leben in besonderen Zeiten. Es geht viel um Krankheit, um Gesundheit in diesen Tagen. Deswegen finde ich ganz gut, dass das Motto dieses Kongresses diesmal heißt, das Feld der Heilung. Und Heilung können wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise erfahren, natürlich auch durch die Musik. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, mit einem Musiker, einem Vollblutmusiker zu sprechen, der sich die Heilung durch Musik schon lange sozusagen vorgenommen hat und schon vieles umgesetzt hat. Das ist Loyos Sittas. Ich grüße dich. Hallo. Grüß dich, Thomas. Schön, hier zu sein. Es freut mich sehr, freut mich sehr, dass du da bist. Man sieht hinter dir schon eines deiner Arbeitsgeräte, ein Klavier. Genau, also das Königsinstrument, wie es so bezeichnet wird, das Klavier. Und als Musiker ist man da im Grunde täglich am Klavier oder an der Gedanke? Nein, nein, nein. Ich bin auch ab und zu in der Küche. Kleiner Scherz. Nein, natürlich. Also Musik, das Klavier, ich habe nicht gleich mit Klavier angefangen. Also ich bin ja mit neun Jahren eingeschult worden, so in den Gruppen-Akkordeon-Unterricht. Also mein ursprüngliches Instrument ist das Akkordeon. Und dann hat es mich so im Teenie-Alter mit einer Band zusammengetan, also als Hobbymusiker. Da fing dann die große Liebe an, so für die Musik so richtig. Und da haben wir uns dann auch so als Freunde, da konnten wir uns ausleben, aktiv zusammen was zu tun. Und alle haben dieselben Interessen gehabt, Musik. Und so haben wir dann auch eine kleine Gruppe aufgemacht. Und in dem Zuge habe ich dann auch gemerkt, dass wir vielleicht auch so liegende Tasten ein bisschen ansprechen. Ist es auch so, wenn du alleine komponierst, alleine Musik machst, lässt du dich dann manchmal auch überraschen von dem Feld, aus dem dann Klänge entstehen, um es mal so spielerisch zu beschreiben? Ja, also wie du schon sagst, das ist ein Feld, in dem ich mich so eine Art einklinken kann und daraus sozusagen die Impulse schöpfe. Die Impulse alleine ist dann noch nicht die Musik. Also ich gehe dann nochmal in mich und ich spüre dann nochmal nach, woher kommt dieser Impuls? Oder gibt es noch eine weitere Information? Und manchmal geht es da so Step by Step. Dann habe ich ein Erlebnis, dann sehe ich ein Plakat, dann passiert das und das. Und ich merke da, das ist dann so ein Flow, wo dann so in dieser Konzeption der Musik dann das Thema entsteht für dieses Stück. Und da ist dann schon im Kern schon die Heilung sozusagen implementiert. Denn ich muss dann nicht mehr länger drüber nachdenken. Also das kann man dann mit dem Verstand auch nicht erklären, was da passiert. Ich bin dasarrnend. Das kann man, ich muss dann auch nicht sagen, es reicht, wenn man nicht mehr drüber nachdenken. Dann muss dann nicht mehr drüber nachdenken. Dann brauche ich das